Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Lernvideo von Netzverb. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs wecken. Schaut und hört euch die Formen genau an und sprecht sie nach. Wir beginnen mit den Stammformen. Weckt, weckte, hat geweckt. Kommen wir nun zu den einzelnen Zeitformen. Den Beginn macht das Präsenz. Ich wecke. Du weckst. Er weckt. Wir wecken. Ihr weckt. Sie wecken. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich weckte. Du wecktest. Er weckte. Wir weckten. Ihr wecktet. Sie weckten. Ihr könnt übrigens auch die Links in der Videobeschreibung nutzen. So könnt ihr schnell zu den gewünschten Formen springen. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe geweckt. Du hast geweckt. Er hat geweckt. Wir haben geweckt. Ihr habt geweckt. Sie haben geweckt. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich wecke. Du wecknest. Er wecke. Wir wecken. Ihr wecket. Sie wecken. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich weckte. Du wecktest. Er weckte. Wir weckten. Ihr wecktet. Sie weckten. Den Schluss macht der Imperativ. Wecke du. Wecken wir. Weckt ihr. Wecken sie. Das war unser kleines Lernvideo zum Verb wecken. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald. Vielen Dank. Bez 계omial? CeKT- so gut? de 2-3000-4000-4000-5400W1